Jo moine Leute, herzlich willkommen zu UEFA Nations League mit den Predictions am 4. Spieltag Saison 24, 25. Vierter Spieltag Teil 1, äh Teil 2 von 3 Predictions. Los geht's, alle Spiele live auf Saison und 1 im ZDF. Los geht's. Heute um 18 Uhr Georgien schlägt Albanien 2 zu 1. Aserbaidschan und Slowakei spielen Spektakel 3 zu 3 und um 20.45 Uhr. Italien schlägt Israel 4 zu 0. Belgien unterliegt Frankreich 0 zu 1. Dann Bosnienerskowina fliegt gegen Ungarn 0 zu 3. Dann live im ZDF der Klassiker. Die deutsche Nationalelf trifft auf die Elftal aus Niederlande. Das ganze geht 4 zu 2 aus für Deutschland. Herzlichen Glückwunsch! Ukraina schlägt Tschechien 3 zu 1. Wales gewinnt 5 zu 1 gegen Montenegro. Island unterliegt Türkei 1 zu 3. Und Estland verletzt gegen Schweden 2 zu 6. So, das war's vom vierten Spieltag mit den Predictions der UEFA Nations League für die Saison. 20, 24, 25 Teil 2 von Teil 3. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Daumen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nimm uns das Glöckchen. Das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung. Auf diesem Channel wird's dann alles gut. Kiki, ciao!